Holzrätsel, ja super. Ähm... Hä? Warte mal. Die Dinger hab ich in der Schule immer auf dem Handy gespielt. Dafür bin ich immer aus dem Unterricht rausgeflogen früher. Das hat mir damals schon Unglück gebracht. Ähm... Halli Hallöchen und willkommen zurück bei Ethan Meteor Hunter. Ich bin euer Hardy und ich grüße alle, die mich kennen. Okay, wir machen einfach weiter. Letzte Folge war ja echt witzig. Also, hat mega Spaß gemacht. Und wir sind im Pogo Level. Wir hüpfen ein bisschen auf unserem Stückchen durch die Gegend. Ich bin gespannt, wann ich das erste Mal sterbe. In dieser Episode. Natürlich, ab dieser Episode hab ich mir überlegt, Gibt's einen Deathcounter. Ich hab mir ja zum Ziel gesetzt. Oh Gott, das geht schon hier. Ähm... Nicht mehr als 500 Mal zu sterben. Da denke ich wahrscheinlich der einge... Waaah... Eingefleischte... Hm... Profi. Der eingefleischte Jump and Run Profi denke ich 500 Mal. Was ist da los? Ja. Aber ich glaub 500 ist so ne Grenze. Das sollte so mein Ziel sein. Also drunter. Das wird aber auch... Na komm. Immer schwieriger hier. Einmal haben wir ja schon geschafft. Und in der letzten Folge waren es glaube ich 4 oder 5. Ihr seht's ja oben eingeblendet. Ich muss nochmal genau nachgucken. Bevor ich das einblende. Ach du Kacke. Jetzt hab ich ja keine Zwischenstation mehr. Das hat ja ein bisschen was von Doodle Jump, ne? Wie soll ich das denn machen? Häh! 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 Das war so klar. Zwei! Super! Aber das ist ja wirklich Doodle Jump. Häh! 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 Das ist ja echt fies. Und das geht gerade noch. Nein! Häh! 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 Ich hasse Pogo. Jetzt schon. Diesen Pogo Stick. Wobei die Idee ganz witzig ist. Wir sind jetzt eine Springmaus. Häh! Tö, 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 tö! Nein! Ah! Ach! Das ist wieder so ein Level, was ich wahrscheinlich nie im Leben schaffen werde. Wir müssen ja auch keine grünen Kristalle sammeln. Das wäre ja noch schöner. Wie man oben sieht, null vor null. Das ist immer gut. Wir müssen nur halt irgendwie oben ankommen. Und die Betonung liegt drauf irgendwie. So. Erster Teil ist geschafft. Und jetzt muss es... Häh! 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 Gott So, jetzt aber vorsichtig mit dem Schwanz Nicht den Schwanz in die Säge In die Säge So Ist klar Das geht doch nie im Leben gut Doch, es ging gut Wow Das habe ich ja von mir selber nicht hinter Was zur Ja, diese Geräusche Die kommen tatsächlich von mir Das ist nicht irgendwie ein Keine Ahnung Ein kastrierter Ochse Der im Hintergrund immer Macht, sondern ich habe einfach Angst, dass ich sterbe Oh, eine Kreissäge Haha Es geht aber vor Wieso kommt jetzt hier noch Feuer dazu Ich hasse es, wenn in Jump'n'Runs Feuer dazu kommt Aber wir schlagen uns gut Wir schlagen uns gut Konzentration, es wird immer besser Ah, guck mal Tada Es wäre es ja gewesen, wenn ich da jetzt noch runtergefallen wäre Guck mal Gar nicht mal so weit entfernt von der Was auch immer das ist Bestzeit Keine Ahnung Schnell weg hier Echt Kein Bock mehr auf Pogo So, was haben wir hier? Springen oder nicht springen? Ja, das ist hier die Frage Oh Gott Warte mal Warte mal Ich könnte ja Das hier bestimmt so Und dann Dann kommt das nämlich da drauf Okay Klappt hervorragend Nein Pass mal auf So war das noch nicht gedacht Was ist denn, wenn ich jetzt so mache? Äh, ja Greifen bitte Halt's doch halt fest So Ja Profi sozusagen Darauf reich ich noch mal rein Warum ist ja eigentlich alles voll mit Sägen und Noch mehr Sägen Da haben wir jetzt wieder einen liegen lassen Scheiße Wie komme ich denn noch um dran? Das ist ja voll unfair Ich weiß nicht, ob ob das Ding springen oder nicht springen heißt Ähm, ich kann doch bestimmt Tada Ähm Okay Kommt das ungefähr hin? Bitte Wie fies ist das halt Kann ich mein Discounter-Ziel nochmal Revidieren auf Ich bin aber auch selten doof Revidieren auf 600 Ziele Äh, 600 Tone Hallo, ich war doch drüber Was ist denn da los? So Schön langsam Ähm So Ja schaffen kann man es eigentlich eh nicht mehr Weil Also alle zusammen Wir haben ja schon einen vergessen Diesmal so Jawohl Jawohl Was? Ja, lacht ihr nur Lacht ihr nur Das macht mir nicht Jetzt machen wir es ganz einfach Schnauze voll So Einmal Zweimal Zack So einfach ist das Was zur Hölle Wie soll das denn gehen? Hä? So Das müsste vom Timing her Wow Profi Wir haben noch zwei vergessen Das ist doch ganz schön Das war aber auch jetzt hier Nun ja Level aus Das ist ja Das ist doch nicht mal ein Level 10 hier Und direkt schon so ein Mega über Krasses Level Was? 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 Höh? Höh? Mündisch mit Ja, das ist doch Bitte? Höh? Oh Gott, ich kann jetzt gerade Nein Nicht zu viel erzählen Schieß mich weg Ah Weil das Level ist hier gerade Die derbste Dreckige Hölle Gott Ja, geh kaputt Geh kaputt WTF Hä? Da oben Da oben Da hab ich's geschafft Zack Komm, den nehmen wir noch mit Höhö Waa Boah Das war aber auch jetzt Einer mal vergessen Das war der da vorne Schade Nee Schlechter Spelch Angeheizte Stimmung Ja, jetzt geht's um Feuer Hallo Okay Das ist ja Ich versteh die Frage nicht Ähm Oh Hä? Ah Ja Pass mal auf So Nicht den Schwanz Ansenken Okay Was kommt jetzt Für ne fiese Fiesigkeit Ah ja gut Cool Kein Kommentar Kein Kommentar So Hä Achso Ach guck mal Was hat da unten Das Feuerchen Angemacht Wie Das war aber auch Ganz schön knapp Jetzt Ist das ein Bunsenbrenner Ähm Ach cool Guck mal Okay Okay Beim runterfallen Natürlich aufpassen Dass ich da nicht reinfalle Uah Das war schon wieder eng 31 von 31 Champion So geht das Was zur Holzrätsel Ja super Ähm Hä? Warte mal Ach die Dinger Die habe ich in der Schule immer auf dem Handy gespielt Dafür bin ich immer aus dem Unterricht rausgeflogen Früher Also das hat mir Damals schon Unglück gebracht Ähm Zwei Balken Dürfen wir bewegen Zwei Balken Ja warte mal Wir können auch ganz Einfach Ja gut Da stehen wir Natürlich jetzt im Weg Äh Wie war das mit Abbrechen Äh Jetzt haben wir den Dahingestellt Ne Klasse Warte Wenn wir nämlich Den nehmen Und hier hin Dann müsste es Noch Umkippen Alles Oder Jawohl Nein Hm Nehmen wir raus Erneut versuchen Hä? Habt ihr ne Ahnung Wie ich das machen Soll Hier Aha Wir können den Noch drehen Jetzt wollen wir Das nämlich So machen Müssten wir Ja noch Hochkommen Okay Soviel dazu Hä? Toll Wieder neu Versuch Ich habe keine Ahnung Habt ihr ne Ahnung Wie das hier Funktionieren soll Leute? Hm Ich weiß übrigens Ich meine meine Brezel Hm 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 Regt die Denkweise an Und mit vollem Mund Spricht man nicht Hä? Hä? Da oben kann man das nicht hinlegen Was ist denn wenn wir das so machen? Funktioniert ja gut Und jetzt Das ergibt keinen Sinn Ich verstehe nicht Das ergibt ja keinen Sinn Na toll Klasse Klasse Und nochmal von vorne Da fuck Das ist echt zu hoch Für mich gerade Warte mal Das ist ja Quatsch Was ist denn das da Was ist denn das da Ist das ein Splitter Sieht so aus Ne Das ist ja auch Quatsch Wie komme ich denn zurück? Hä? Abbrechen Start Ne Select Keine Ahnung Ich weiß nicht wie ich zurückkomme Oh Gott Ja gut Das bringt mich jetzt auch nicht weiter Hm Komm Einen Versuch machen wir noch Dann sind wir sowieso Am Ende der Aufnahme Aber ich fand den Ansatz Nicht verkehrt Wenn ich ihn nämlich da instelle So Und jetzt hingehe Hä? Nein So Einen machen wir noch Hab ich gesagt Der zählt gerade nicht Was ist denn Wenn ich Kann ich den denn hier so reinlegen? Ne Ist denn schräg vielleicht? Das hat er jetzt von alleine gemacht Keine Ahnung So Und jetzt gehe ich nämlich hier hin Das habe ich ja gerade schon versucht Achso kann ich abbrechen Kreis gerückt halten Okay Ähm Ah Warte mal Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Keine Ahnung wie es funktioniert Schreibt es mir mal in die Kommentare Dann Dann Ähm Hä Na gut Ich nehme jetzt zwar die nächste Folge Direkt nach Dieser auf Aber schreibt es mir trotzdem bitte Meine Kommentare rein Weil mich das einfach interessiert Ob ihr das gelöst hättet Das Level Hm Okay ich mach's gut Ihr mach's besser Wir sehen uns in der nächsten Folge Von Evil Meteor Hunter Euer Hadi Tschüss Tschüss